Okay, ja, okay, gut, anraten und dann zusammen tun und dann kann man es durchlesen, ne? Genau, nachdem du Olivenöl, das weiche Brot, Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker hinzugeben hast. Ja klar, alles rein, aber Moment mal, Zucker? Ja klar, das gibt eine gewisse Note, sehr interessant. Anregt die Geschmack, ja. Okay, okay, gut, ja, und dann alles durchmixen und dann kann man es nachher? Ja, wenn sie kalt ist. Klar, Caspacho ist eine kalte Gemüsesuppe für 30 Tage. Ganz genau, schön. Musik 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 Wir wählen heute da auf diesem Clan auf hübsche Kurzweilfahnen an mit welchem hier so wohl gelingt der uns den ersten Pfeil bringt Musik 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 Sie nahm was Knurk erkennlich, er warst der Herr Heinrich und warst von Ove geboren. Er warst ein Blumen der Jugend, der Weltfreude, ein Spiegelglas, er warst ein Kronen der Zucht, er warst ein Blumen der Jugend, 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 In der Grenze die Rüsse sucht. Hast du zu Nacht gebetet, bist Dämona, bist mir zu Aufreit mit deiner unmenschlichen unbeweglichen Knienmaßen? Muritura me salutat. Mädchen, Mädchen, warum presst du die Knie zusammen? Warum auch jetzt noch, angesichts dieser unerforschlichen Ewigkeit? Eine weibliche Regung, ein Zeichen von Lüsternheit, von Sympathie. Ahnst du denn nicht, dass nur deine Keuschheit meine Ausschweifung gebiert? Wehe über die Unmenschlichen.